Die Red Rock Crab Sie lebt bevorzugt zwischen Seegras in der unteren bis mittleren Gezeitenzone. Die Männchen kann man sehr gut daran erkennen, dass sie einen langen, engen Hinterleib haben. Und das Weibchen hat eher einen ovalen, großen Hinterleib. Das ist eine etwas kleinere Red Rock Crab. Die Red Rock Crab können bis zu 30 cm groß werden, aber wir haben bis jetzt noch keine von dieser Sorte gefunden. Die Red Rock Crab